Eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehre in der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehre in der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebeslamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebeslamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebeslamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Diese Anleitung für das Zwiegespräch mit dem Herrn, der im Geheimnis der Eucharistie unter uns lebt, stammt vom heiligen Antonius Maria Clare. Es ist nicht nötig, viel zu wissen, um mir zu gefallen. Es genügt, dass du mich sehr liebst. Sprich hier also einfach mit mir, wie du mit deinem engsten Freund sprechen würdest. Musst du mich für jemanden um etwas bitten? Nenne mir seinen Namen und sage mir dann, was du möchtest, dass ich jetzt für ihn tun soll. Erbitte viel, zögere nicht zu bitten. Sprich zu mir, auch einfach und aufrichtig, von den Armen, die du trösten willst. Von den Kranken, die du leiden siehst, von den Verirrten, die du sehnlichst, auf den rechten Weg zurück wünschest. Und für dich brauchst du für dich nicht irgendeine Gnade? Sage mir offen, dass du vielleicht stolz, selbstsüchtig, unbeständig, nachlässig bist. Und bitte mich dann, dir zur Hilfe zu kommen, bei den wenigen oder vielen Anstrengungen, die du machst, um davon loszukommen. Schäme dich nicht. Es gibt viele Gerechte, viele Heilige im Himmel, die genau die gleichen Fehler hatten, aber sie baten demütig. Und nach und nach sahen sie sich frei davon. Und zögere auch nicht, um Gesundheit sowie einen glücklichen Ausgang deiner Arbeiten, Geschäfte oder Studien zu bitten. All das kann ich dir geben und gebe ich dir. Und ich wünsche, dass du mich darum bittest. Und was brauchst du gerade heute? Was kann ich für dich tun? Wenn du wüsstest, wie sehr ich wünsche, dir zu helfen. Trägst du gerade einen Plan mit dir? Erzähle ihn mir. Was beschäftigt dich? Was denkst du? Was wünschst du? Was kann ich für deinen Bruder tun? Was für deine Schwester, deine Freunde, deine Familie, deine Vorgesetzten? Was möchtest du für sie tun? Und was mich angeht, hast du nicht den Wunsch, dass ich verherrlicht werde? Möchtest du nicht deinen Freunden etwas Gutes tun können, die du vielleicht sehr liebst, die aber vielleicht leben, ohne an mich zu denken? Sag mir, was erweckt heute besonders deine Aufmerksamkeit? Was wünschst du? Was wünschst du ganz ähnlich? Über welche Mittel verfügst du, um es zu erreichen? Sag es mir, wenn dir dein Vorhaben schlecht gelingt und ich werde dir die Gründe für den Misserfolg nennen. Möchtest du mich nicht für dich gewinnen? Fühlst du dich vielleicht traurig oder schlecht gestimmt? Erzähle mir in allen Einzelheiten, was dich traurig macht. Wer hat dich verletzt? Wer hat deine Selbstliebe beleidigt? Wer hat dich verletzt? Teile mir alles mit und bald wirst du so weit kommen, dass du mir sagst, dass du nach meinem Beispiel alles verzeihst, alles vergisst. Als Lohn wirst du meinen tröstenden Segen empfangen. Hast du vielleicht Angst? Spürst du in deiner Seele jene unbestimmte Schwermut, die zwar unberechtigt ist, aber trotzdem nicht aufhört, dir das Herz zu zerreißen? Wirf dich meiner Vorsehung in die Arme. Ich bin bei dir an deiner Seite. Ich sehe alles, höre alles und nicht einen Augenblick lasse ich dich im Stich. Spürst du Abneigung bei Menschen, die dich vorher gern mochten, die dich jetzt vergessen haben und sich von dir entfernen, ohne dass du ihnen dazu den geringsten Anlass gegeben hast? Bitte für sie und ich werde sie an deiner Seite zurückbringen, wenn sie nicht zum Hindernis für deine Heiligung werden. Und hast du mir nicht vielleicht irgendeine Freude mitzuteilen? Warum lässt du mich nicht daran teilnehmen, da ich doch dein Freund bin? Erzähle mir, was seit dem letzten Besuch bei mir dein Herz getröstet und dich zum Lächeln gebracht hat. Vielleicht hast du angenehme Überraschungen erlebt. Vielleicht hast du glückliche Nachrichten erhalten. Einen Brief. Ein Zeichen der Zuneigung. Vielleicht hast du eine Schwierigkeit überwunden. Du bist aus einer ausweglosen Lage herausgekommen. Das alles ist mein Werk. Du sollst mir einfach sagen, danke mein Vater. Ich will nicht. Wirst du mir nichts versprechen. Ich lese in der Tiefe deines Herzens. Menschen kann man leicht täuschen, Gott aber nicht. Sprich also ganz aufrichtig zu mir. Bist du fest entschlossen, dich jener Gelegenheit zur Sünde nicht mehr auszusetzen. auf jenen Gegenstand zu verzichten, der dir schadet, jenes Buch nicht mehr zu lesen, das deine Vorstellungskraft gereizt hat, mit jenem Menschen nicht mehr zu verkehren, der den Frieden deiner Seele verwirrt. Wirst du zu jenem anderen Menschen wie der Samt liebenswürdig und gefährlich sein, den du bis heute als Feind betrachtet hast, weil er sich gegen dich verfehlte. Nun gut, gehe jetzt wieder an deine gewohnte Beschäftigung zurück. Zu deiner Arbeit, deiner Familie, deinem Studium. Aber vergiss die Viertelstunde nicht, die wir beide hier verbracht haben. Bewahre, soweit du kannst schweigen, Bescheidenheit, innere Sammlung, Liebe zum Nächsten. Liebe meine Mutter, die auch die deine ist. Und komme wieder mit deinem Herzen, das noch mehr von Liebe erfüllt, noch mehr meinem Geist hingegeben ist. Dann wirst du in meinem Herzen jeden Tag neue Liebe, neue Wohltaten, neue Tröstungen finden. In Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kind erleben, uns allen deinen Segen geben. Amen. 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 Amen.